Wir haben in diesem Jahr bedingt durch die Konjunkturprogramme in der Tat mehr Baustellen, eine stärkere Bautätigkeit. Hier muss ich sagen, so ärgerlich Baustellen sind, so wichtig und notwendig ist es, diese Baustellen auch durchzuführen. Man kann es auf den Punkt bringen, bevor es endgültig besser wird, wird es kurze Zeit während der Bautätigkeit etwas schlechter. Ich habe dies aber flankiert mit dem Auftrag an die Bundesländer, die ja die Baumaßnahmen im Auftrag des Bundes auszuführen haben. Ich habe die Bundesländer dringendst ersucht, ja aufgefordert, alle zeitlichen Reserven des Bauens auch auszunützen. Das heißt, gerade in der hellen Jahreszeit von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang zu bauen. In der Regel im Zweischichtenbetrieb, auch am Wochenende zu bauen, vor allen Dingen am Samstag, sodass Baustellen in der kürzestmöglichen Zeit abgewickelt werden. Okay, go. Untertitelung des ZDF, 2020